Einen wunderschönen guten Tag ihr lieben MakerLive. Vor ein paar Tagen, wer sich erinnern kann, hatten wir in unserem Vlog, bzw. die Susanne hatte eine Idee. Und die Idee finde ich immer noch mega geil. Und zwar ging es darum, dass wir im Eingangsbereich Kacheln haben. Wandkacheln. Genau genommen, solche Kacheln hier. Ja, da seht ihr jetzt hier unten der Makorama Schriftzug drin. Mal gucken, kann er das scharf stellen? Ja, da hat er es scharf gestellt. Und diese Wandkacheln sind magnetisch. Das heißt also, die werden an magnetischen Halterungen hier in der Wand befestigt und ziehen dann quasi die Wand. Also die Wand ist dann nicht mehr, wie ihr es hier seht, nicht mehr so schwarz, da im Hintergrund durch die Tür. Seht ihr es noch ein bisschen. Sondern die Wand soll richtig schön knatschbunt werden. Ihr seht hier, ich habe hier noch andere Farben. Ich habe hier Orange, Rot, Blau, Silber, Gold hängt noch vorne eine in der Wand. Die Kacheln soll richtig bunt werden. Äh, die Wand soll richtig bunt werden, nicht die Kacheln. Die Kacheln sind ja schon bunt. Stimmt. Und wir haben uns einen Kopf darüber gemacht, wie wir euch das Ganze dann vergüten können. Und wir sind, glaube ich, auf einen ziemlich coolen Kompromiss gestoßen, auf eine ziemlich coole Art und Weise gestoßen, wie wir das machen können. Nämlich jeder, der das Ganze druckt für uns, jeder, der für uns eine Kachel druckt, bekommt einmalig einen 3% Gutschein für den nächsten Einkauf bei uns im Shop. Das heißt nicht, wenn ihr jetzt 10 Kacheln druckt, dass ihr dann 3 oder 10 Gutscheine da bekommt. Nein, jeder bekommt nur einen Gutschein. Und jeder kann den Gutschein auch nur einmal einlösen. Das heißt also, je nachdem, wie viel ihr entsprechend kauft, lohnt sich das richtig für euch. Da könnt ihr richtig was sparen. So eine Kachel sind ca. 100-200 Gramm, ich weiß es nicht ganz genau, mit einem Magneten noch drin. Das setzen wir voraus, dass ihr den Magneten mit einbaut. Und das ist so das, was wir euch anbieten können. Das heißt also, jeder kann das dann ab morgen bei uns im Shop entsprechend die Datei runterladen, kann sich dafür registrieren quasi und kann die Datei runterladen. Und jeder, der das runterlädt und einsendet unter seinem Benutzeraccount, der bekommt dann entsprechend von uns einen Gutschein über 3%. Und das sind deswegen 3%, weil wir gesagt haben, okay, wir geben die 3% noch mal obendrauf auf die Mehrwertsteuersenkung noch mal dazu. Das heißt also insgesamt summa summarum habt ihr bis zu 6% ersparen ist bei den Filamenten. Das ist, glaube ich, ein ganz cooler Deal, da könnt ihr richtig was sparen auch bei. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache für alle, die jetzt mal Bock haben, sich da auch auf der Wand zu verewigen. Ja, und mal ein Teil von Make-O-Rama zu sein. Genau. Und für all die Dingen, die jetzt sagen, ja, ist ja ganz cool, aber mein Drucker kriegt die Dinger nicht gedruckt, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll und habe keine Magnete oder sowas in der Richtung. Auch kein Thema. Bei uns auf der Webseite wird es auch ab morgen noch mal eine Möglichkeit geben, dass ihr euch für den Newsletter registriert und dann kriegt ihr auch 3%. Also die gleichen 3%. Ihr könnt entweder die Kachel drucken und entsprechend dort die 3% abkassieren oder halt entsprechend, wenn ihr euch für den Newsletter abonniert, dort die 3% abkassieren. Beide zusammen geht nicht. Es schließt sich gegenseitig aus, aber eins von beidem könnt ihr entsprechend die 3% bekommen. Ich weiß jetzt entsprechend, so eine Kachel drucken ist wesentlich mehr Aufwand verbunden, aber dafür habt ihr das Ding noch vorne im Eingangsbereich hängen und wenn wir wieder einen Stammtisch machen, das erste, was die Leute sehen oder die Leute, die hier vorbeikommen und Material einkaufen, das erste, was die sehen, sind eure Kacheln. Und ihr bekommt natürlich noch einen kleinen Credit hier ins YouTube Video, wenn wir das Ganze mal zeigen, wenn es denn final ist, bekommt ihr noch einen kleinen Credit und einen kleinen Credit auf der Webseite, damit ihr auch dort namentlich erwähnt seid mit, hey, hat die Wand unterstützt und fertig. Ich hoffe, die Idee gefällt euch und ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Könnt ihr mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, heute sind die neuen D-Bond-Platten für den neuen Voron, für den 300er angekommen, für den 24300. Die sehen richtig cool aus. Wenn ihr das Design nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren, dann kriegt ihr das demnächst auch noch mit. Und der 2.2er ist auch schon so gut wie fertig. Ja, ich verspreche es immer, aber es ist wirklich soweit. Ich bin jetzt gerade dabei, wirklich die Stecker für die Elektronik-Boards zu verkabeln und dann ist das Ding soweit. Erstmal einsatzbereit. Ich habe am Wochenende den kompletten Druckkopf verkabelt und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Happy Printing. Bis zum nächsten Mal.